Hallo, das ist das Video Nummer 3, das Thema Matrizenrechnung. In diesem Video möchte ich euch vorstellen, wie man eine Determinante ausrechnet. Eine Determinante rechnen wir aus, wenn wir eine quadratische Matrix haben. Das heißt, 2 mal 2 oder 3 mal 3 oder 4 mal 4 oder 5 mal 5, also eine quadratische Matrix. Ganz einfach, hier haben wir eine 2 mal 2 Matrix, zwei Zeilen, zwei Spalten. Die Determinante rechnen wir so aus, diese Diagonale von dieser Diagonale abziehen. Das heißt, 1 mal 5 abziehen von 3 mal 2. Also 5 minus 6 sind gleich minus 1. Dann ist gleich minus 1, ganz einfach. Genauso hier, diese Diagonale, also minus 1 mal 6, abziehen von, ganz wichtig, abziehen von, das heißt minus, 3 mal 0, 0. Also minus 6. Die Diagonale, 1 mal 5, abziehen von, minus 3 mal 2, minus 6, minus 6, plus 6, dann haben wir 5 plus 6. Die Determinante, minus 1 mal 5, minus 5, minus, Klammer auf, minus 3 mal 2, minus 6, 5 plus 6. Eine Einheitsmatrix oder Identitätsmatrix, die Determinante ist immer gleich 1. Genauso hier, diese Diagonale, 1 mal 1, minus 0 mal 0 machen. Also 1 minus 0, 1. Das ist immer gut, wenn wir Nullen haben, in einer Spalte oder in einer Zeile, entlang einer Zeile. Dann ist das einfach, mit rechnerisch einfacher. Minus 1 mal 0, 0, minus 0 mal 2, 0. Also 0, minus 0, 0. Das heißt, wenn entlang einer Spalte nur Nullen stehen, die Determinante ist gleich 0. Genauso hier, wenn entlang einer Zeile nur Nullen stehen, die Determinante ist gleich 0. Egal, 2 mal 2 Matrix, eine 2 mal 2 Matrix oder 3 mal 3 oder 4 mal 4. Hier genauso, 0 mal minus 5, minus, Klammer auf, 0 mal 2. Also 0, minus 0, gleich 0. Warum? Weil wir hier entlang einer Zeile nur Nullen haben. Hier ist die Determinante gleich, minus 1 mal minus 6, 6, minus 3 mal 0, 0. 6 minus 0, 6. Die Determinante von der Matrix A ist gleich 6. Die transponierte Matrix von A, wie wir im Video Nummer 1 erklärt haben, ist gleich die Zeilen übereinander schreiben. Also hier haben wir minus 1, 3. Dann schreiben wir minus 1, 3 als Spalten hier. 0, minus 6, 0, minus 6. Und die Determinante von der transponierten Matrix von A ist gleich minus 1 mal minus 6, plus 6. Minus, Klammer auf, 0 mal 3, 0. 6 minus 0, 0. Das heißt, eine Matrix und ihre transponierten haben dieselbe Determinante. Das ist auch wichtig zu wissen. Egal, eine Matrix von Typ 2 mal 2 oder von Typ 3 mal 3, egal. So, eine 3 mal 3 Matrix. Ist auch eine quadratische Matrix, drei Zeilen, drei Spalten. Ist hier ganz wichtig zu wissen, dass wir eine Vorzeichentabelle brauchen. Vorzeichentabelle bedeutet, wir haben eine 3 mal 3 Matrix. Das heißt, hier schreiben wir immer, hier ganz oben, hier immer mit Plus anfangen. Fertig. Plus, Minus, Plus. Der Rest ergibt sich hier. Wenn wir hier Plus haben, dann nächste ist Minus, dann haben wir hier wieder Plus. Hier haben wir Minus. Dann haben wir hier Plus, dann wieder Minus. Hier haben wir Plus, dann Minus, Plus. Fertig. Die Tabelle haben wir. Das ist unsere Vorzeichentabelle. Und wichtiger ist, dass wir eine Spalte oder eine Zeile aussuchen, in denen die meisten Nullen stehen. Diese Zeile 1, 2, Minus, 1. Keine Null. Hier auch keine Null. Hier haben wir eine Null. Ist gut hier zum Beispiel. Diese Spalte ist gut zum Ausrechnen der Determinante. Oder diese Spalte, diese Zeile ist auch einfach. Wir haben hier auch eine Null. So, die Vorzeichentabelle und ich arbeite jetzt mit dieser Zeile. Warum? Weil wir entlang dieser Zeile eine Null haben. Wie gehe ich fort? Hier haben wir Null. Das Vorzeichen von Null ist Plus. Das heißt, hier haben wir Plus. Null mal. Jetzt müssen wir die Zeile und die Spalte mit der Zahl Null wegdenken. Das heißt, sie existieren nicht, diese Zeile und Spalte. Also, was bleiben übrig? Bleiben diese Zahlen übrig. Also, Null mal Determinante von 2, Minus, 1, 1, 4. Wir haben uns diese Zeile ausgesucht. Richtig? Als nächstes haben wir diese Zahl. Das Vorzeichen von dieser Zahl ist Minus. Dann haben wir Minus 1 mal Determinante von. Dann denken wir weg. Diese Spalte und diese Zeile. Welche Zahlen bleiben übrig? Und die nächste Zahl, 2, Determinante. Die Zahlen, die übrig bleiben. Jetzt wissen wir, warum wir eine Zeile mit den meisten Nullen ausgesucht haben. Das heißt, wir brauchen hier keine Determinante ausrechnen. Weil wir Null mal eine Determinante haben, ist hier sowieso Null. Gleich. Hier haben wir Null. Minus. Hier Null. Minus 1. Mal Determinante. 1 mal 4. 4. Minus. Minus 1 mal 3. Minus 3. 4 plus 2 mal Determinante von. 1 mal 1. 1. Minus. 2 mal 3. 6. So, fassen wir es zusammen. Haben wir hier 4 plus 3. 0. Minus 7. Und hier haben wir 2 mal minus 5. Also insgesamt haben wir minus 17. Hier haben wir noch eine Aufgabe. Welche Zeile oder Spalte muss ich hier lieber aussuchen, zum Ausrechnen der Determinante? Hier haben wir 0, 0 und 1. Das heißt, wir müssen am Ende nur einmal eine Determinante ausrechnen. So, die Vorzeichentabelle haben wir hier. Mit 0 fangen wir mal an. Also 0, das heißt, wir haben minus minus 0 mal irgendwas. Das ist egal, das heißt, fällt weg. Als nächstes, diese Zahl plus 0 mal eine Determinante fällt weg. Brauchen wir nicht. Dann brauchen wir 1 minus minus 1 mal Determinante. Diese Spalte und diese Zeile wegdenken. Dann haben wir 1, minus 1, 3 und 4 übrig. Wie gesagt, so können wir uns Zeit sparen, wenn wir eine Zeile mit den meisten Nullen ausrechnen. Dann haben wir minus 1 mal 1 mal 4, 4 minus. Minus 1 mal 3, minus 3. 4 plus 3, 7. 7 mal minus 1, minus 7. Hier haben wir diese Spalte mit den meisten Nullen. Das heißt, 3 mal 0. 0 mal eine Determinante. Plus oder minus 0 mal eine Determinante. Plus oder minus 0 mal eine Determinante. Das heißt, insgesamt haben wir 0. Das heißt, wenn entlang einer Spalte oder einer Zeile nur Nullen stehen, ist die Determinante gleich 0. Genauso hier. Die Determinante von A ist gleich 3. Und wie ist die Determinante von der transponierten Matrix von A? Ist auch gleich 3. Das ist die Determinante von A. Hier werden wir natürlich diese Spalte berücksichtigen, um die Determinante auszurechnen. Weil wir hier so uns Zeit sparen können. Hier haben wir 0, hier haben wir 0. Das heißt, wir müssen nur 1 mal wegdenken, wegdenken. Dann haben wir diese Zahlen. 1, 1, 1, 4. Dann haben wir 1 mal 1 mal 4. 4 minus 1 mal 1. 1, 1, 1 mal 3, gleich 3. So, eine 4 mal 4 Matrix. Das kommt natürlich selten vor, dass wir so eine Determinante ausrechnen müssen. Kommt vor, aber wenn wir viele Nullen haben. 2 oder 3 Nullen haben. Entlang einer Spalte oder einer Zeile. Hier würde ich zum Beispiel, würdest du zum Beispiel diese Spalte nehmen. Hier haben wir 2 Nullen. Oder diese Zeile mit 3 Nullen. Natürlich diese Zeile mit 3 Nullen. Dazu haben wir natürlich auch eine, müssen wir auch eine Vorzeichentabelle haben. Wir haben gesagt, immer mit Plus anfangen. Dann Plus, Minus, Plus, Minus. So, fertig. Dann vervollständigen wir diese Spalte und dann hier, dann hier, dann hier. Wenn wir hier Plus haben, dann haben wir Minus, Plus, Minus. Hier Minus, Plus, Minus, Plus. Plus, Minus, Plus, Minus, Minus, Plus. Fertig. So, diese Zeile. Dann haben wir die Zahl 2. Vorzeichnen ist positiv. Also, dann haben wir Plus 2 mal Determinante von. Diese Zeile und diese Spalte wegdenken. Was bleibt übrig? Die Zahlen. So. Als nächstes haben wir 0 hier. Vorzeichen Minus. Minus 0 mal Determinante von. Irgendwas. Ist ja eigentlich egal. Wir müssen eigentlich diese Zeile und diese Spalte wegdenken und die Determinante hier schreiben. Dann bleiben hier diese Zahlen übrig. Aber es ist sowieso 0. Deswegen brauchen wir jetzt nicht weiter rechnen hier. In diesem Fall. Das ist 0. Dann haben wir als nächstes diese Zahl. Vorzeichen positiv. Plus 0 mal wieder eine Determinante. Diese Spalte und diese Zeile wegdenken. Dann haben wir 1 minus 1 0. 2 0 3 minus 2 3 1. Hier müssen wir schreiben. Aber schreiben wir nicht 0. Warum? 0 mal eine Determinante. Eine Zahl ist gleich 0. Und als letztes haben wir diese Zahl. Vorzeichen Minus. Das ist 0 mal irgendwas wieder. Zeile und Spalte wegdenken. Die Zahlen hier hinschreiben brauchen wir nicht. Wie du siehst. So kann man sich Zeit sparen. Wenn man eine Zeile oder eine Spalte mit den meisten Nullen hat. So hier. Mussten wir weiterrechnen. Determinante. Hier. Wir haben eine 3 mal 3 Matrix. Das haben wir auch gehabt. Wie man eine Determinante hier ausrechnet. Suchen wir eine Zeile mit den meisten Nullen. Wo finde ich so eine Zeile? Hier haben wir eine 0. Zwei Nullen haben wir leider nicht. Das heisst wir müssen ein bisschen rechnen. Das kannst du selber machen. Genauso wie wir hier gemacht haben. Das heisst. Du musst hier zum Beispiel diese Zeile aussuchen. Dann hast du minus 1 mal Determinante von 1, 3, 0, 1. Und das heißt. Eine Aufgabe für euch. Wir haben hier eine Einheitsmatrix oder Identitätsmatrix. Warum? Weil wir entlang der eine quadratischen Matrix und entlang der Hauptdiagonale steht nur die Zahl 1. Die Determinante von A und die Determinante von der transponierte A musst du angeben. Ist auch einfach. Das Ergebnis kannst du auch unter jedem Video kommentieren. Also das ist ganz wichtig bei der Determinante ist es, dass wir eine Zeile oder eine Spalte mit den meisten Nullen aussuchen und auch diese Tabellen kennen. Für eine 2 mal 2, für eine 3 mal 3 Matrix und eine 4 mal 4 Matrix. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.